In dieser Folge erklärt uns der Bäcker und Kaufmann Peter Lechner Jr., der eigentlich hätte werden wollen, vielleicht auch Podcast-Moderator, wie wir gleich hören werden, etwas über die Mythen aus dem Bäckerhandwerk. Hört's auf euch rein, viel Spaß und möge der Haar-Moment mit euch sein. Servus und grüßt euch zu einem neuen Folgen Bäcker to the People, ich habe ein Podcast rund um die Bäckerei über Mythen, Fakten und sonstige Geschichten. Ich bin der Peter Lechner von der Bäckerei Lechner und ich erzähle euch heute einiges rund um die Bäckerei und wir euch schon mal eine kleine Trigger-Warnung geben. Für alle Lebensmittelchemiker und Lebensmittelchemie-Fans wird das eine super leibende Folgen und für die, die es nicht so leibend finden, aber trotzdem gerne beim Podcast schlafen, für die wird das eine super Folgen. Aber wir starten einmal ganz easy rein. Ich erzähle euch heute einmal so eine ganz nette Geschichte, das ist der Germschmäh. die gern wieder einmal irgendwie erzählt oder von irgendwelchen Hausfrauen oder super-mega-Bäckermeistern, dass man eine Hefe in Milch anstatt Wasser auflösen soll. Beispielsweise beim Krapfen im Dampfweh ist ein absoluter Blödsinn, das ist ein absolutes Geschichtel. Glaubt es das nicht. Hefe ist ein lebender Organismus, der braucht Zucker zum Starten. Von dem her wäre Milch super eigentlich, aber auch wieder nicht. Also Hefe braucht zwar Zucker, ist aber auch gehemmt durch Salz, Alkohol, Fett. Das bringt alles die Germ um vom Denken her. Also keiner hat einen Germwürfel, also einen Hefewürfel, auf einen Haufen Salz oder in einen Schnaps rein oder sonst irgendwas. Weil jeden weiß, das bringt das um. Und dasselbe ist auch mit der Milch. Das Milchfett umschließt mehr oder weniger die Hefezellen und es kämpft sich dann einmal erst durch, bis es wirklich zum Milchzucker kommt und dann anfangen auch zu arbeiten und sich zum Auflösen. Also auf der einen Seite löse ich die Hefe in etwas auf, wo es eine Nahrung hätte, aber das Fett umschließt das, also kupft wie katscht. Das, was wirklich etwas bringt, ist Hefe auflösen, aber in normalem Wasser. Wenn ich jetzt am Vortag Hefe in Wasser auflöse, dann kann ich mir 10-15% Hefe sparen. Das ist super, weil an sich brauche ich dann weniger Ressourcen und habe das selbe Ergebnis. Und das bringt wirklich was. Das mit der Milch, das ist noch eine Geschichte von irgendwelchen Hobbyköchen oder Superköchen oder sonst irgendwas. Und man hat auch den Realitätscheck, weil würde wirklich Milch das besser machen, dann würde es die Industrie auch machen, wenn man sich dadurch irgendwas sparen würde. Und man spart sich dadurch absolut gar nichts und es ist chemisch gesehen nicht besser, sogar schlechter als wie Wasser. Von dem her, alle die, die euch das erzählen, die haben keine Ahnung oder die wollen nicht eine Geschichte rein drücken, weil jeder, was sich ein bisschen damit auskennt, weiß, das stimmt nicht. Das, was ihr auch natürlich aus allen angefangen habt, ist Sauerteig in der Pandemie. Und da kommen wir jetzt auch zu unserem geliebten lebensmittelchemischen Teil der Folge. Und ich erzähle euch heute einfach den Grund, warum man eigentlich den Sauerteig verwendet. Weil einen Sauerteig verwende ich an sich eher weniger bei Weizenprodukten, sondern nur da, wo der Roggen in Einsatz ist, also wo er primär im Einsatz ist. Wenn ich jetzt ein Brot habe, wo ich relativ wenig Roggenanteil habe, kann ich auf einen Sauer verzichten. Weiß man aber nicht. Aber er wird eigentlich reinverwendet, sobald ich mehr als wie die Hälfte oder gut zur Hälfte Roggenanteil habe im Brot. Das liegt einfach daran, dass der Weizen und der Roggen sehr unterschiedlich sind von den Inhaltsstoffen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Viele Leute kennen natürlich den Weizenkleber. Das ist der Glutenanteil im Brot. Und das macht mir überhaupt das Brot so, wie es ist, sonst würde ich eigentlich einfach nur wegkriegen, weil es einfach kein Grundgerüst hat vom Ding her. Und der Weizenkleber, der besteht chemisch gesehen immer aus einem Prolamin und einem Glutelin. Das ist im Fall von Weizen Gliadin und Glutenin. Klingt ähnlich. Geht im Prinzip eigentlich nur darum, dass es Schleimstoffe gibt im Weizenkorn. Das ist ganz natürlich. Und die binden Wasser. Die dürfen aber auch sich zwischen dieser Verbindung reinhauen. Die hauen sich zwischen dem Prolamin und dem Glutelin rein und verhindern mir so, dass ich überhaupt einen Kleber bilden kann. Das passiert im Weizen genauso wie im Roggen. Nur habe ich im Weizen ungefähr 2%, 1,5% Anteil von diesen Pentosanen. Das sind Polysaccharide. Und im Roggen habe ich 8, 9 bis zu 10% von dem Tränen. Je nach Saison, je verregneter eigentlich normalerweise eine Saison ist vom Anbauen her, desto mehr Schleimstoffe habe ich von dem Tränen. Also habe ich in der Regel mindestens 3x, 4x, 5x so viel wie im Weizen. Deswegen ist es notwendig, dass ich einen Sauerteig reingebe. Weil diese Schleimstoffe kann ich nur dadurch ein bisschen abschwächen, indem ich einen pH-Wert verändere, weil die nicht säurefest sind. Jetzt mache ich das Ganze ein bisschen saurer, damit einfach diese Säure, diese Pentosane daran hindert. Ich darf das aber auch nicht übertreiben, weil sonst habe ich mir einfach den ganzen Brottag zusammen, einfach die ganze Säure dann einfach alles umgebringe vom Ding her. Das ist halt dann noch so, dass dasselbe mit dem Prolamin und dem Glutelin habe ich im Roggen, dort ist halt das Sezalin und das Sezalinin. Und auch beim Artverwandten von der Gerste, Hordein, Hordenin. Das ist überall im Prinzip dasselbe. Das ist überall der Weizenkleber, ist aber halt botanisch gesehen halt immer das, also chemisch gesehen, das Prolamin und das Glutelin und die beiden bilden den Gluten, den Weizenkleber und da haut es im Prinzip der Schleimstoff dazwischen und mit der Säure verhindere ich das. Das ist halt dann dadurch, dass ich den Sauerteig, das ist im Prinzip nicht mehr sehr einfach einen Vorteig sauer werden lasse, versuche ich da das gezielt zu machen, indem ich das so steuere, dass ich den Teig zum Beispiel zwischen 30 und 35 Grad warm liegen lasse über eine gewisse Zeit, damit die Milchsäurebakterien bilden. Wenn ich das bei 20 bis 27 Grad stehen lasse, dann habe ich mehr Essigsäure und zwischen 25 bis 26 Grad bilden sich die Hefen. Und je nachdem, was ich halt will vom Ergebnis her, vom Geschmack her, lasse ich es im Wärme stehen, Kölner stehen, ich verändere die Zeit, nachdem steuere ich das. Und das ist halt das, je mehr Milchsäure, was ich reinhabe, desto saurer wird, also deftiger wird das. Im Endeffekt will ich nur ein bisschen den pH-Wert verändern, damit einfach das Brot, also das Roggenbrot in dem Fall, backfest wird. Und diese ganzen anderen Eigenschaften vom Sauerteig, die kommen dann obendrauf natürlich. Aber geschichtlich gesehen ist man einfach irgendwann noch vor Jahrhunderten draufgekommen, dass einfach Roggenbrot nicht so bockfest ist wie Weizenbrot. und man hat wahrscheinlich durch Zufall einfach das mitgekriegt, wenn man das ein bisschen sauer werden lässt, wird das auf einmal ein super Brot, was vorher nicht geworden ist. Und erst dann, sage ich mal, in der Moderne, wo man dann Sachen analysieren hat können, herausgefunden hat, warum, wieso, hat man dann eigentlich erst das so richtig verstanden. Und das ist auch dann der Unterschied, was die meisten halt kennen, diese Glutenunverträglichkeit, Zöliakie, Empfindlichkeit und das ist auch wieder so ein eigenes Thema. Das, was ich viel nicht verstehe, ist, dass Zöliakie und eine Allergie, das sind Öpfe und Birnen. Zöliakie ist ähnlich wie die Empfindlichkeit. Ich habe, der Körper kann einfach diesen Weizenkleber nicht verarbeiten oder überhaupt nicht verarbeiten. Also wenig verarbeiten oder überhaupt nicht verarbeiten. Manche reagieren darauf mit Brechreiz, Kopfweh, geht von bis. Das kann auch sein, dass ich jetzt nicht rein spezifisch gegen den Gluten, also gegen Gliadin empfindlich bin oder gegen das Glutalin, sondern ich kann gegen die Obergruppe, gegen den kompletten Weizenkleber diese Empfindlichkeit haben oder nur spezifisch gegen das Prolamin. Dann kann ich halt überall, also die ganzen Getreidesorten nicht essen, wo eben dieses Prolamin drinnen ist. Kann ich umschwenken auf Pseudogetreide wie Amaranth und Quinoa, die halt botanisch gesehen nicht zum Getreidekern. Eine Allergie hingegen, das ist wirklich, der Körper hat einen Defekt, das klingt immer so böse, aber glaubt einfach, dieser Eiweißstoff, der was kommt, der ist böse und muss ihn anwehren. Obwohl der eigentlich wahrscheinlich gar nichts tut, aber der geht komplett hardcore auf Verteidigungsmodus. Für den ist es ein Fremdkörper und das ist der große Unterschied zwischen einer Allergie und einer Zöliakie oder der Empfindlichkeit. Und da kann es jetzt wirklich von bis sein, auch wieder. Ich kann nur gegen das Prolamin allergisch sein, ich kann gegen das Glutalin allergisch sein, ich kann jetzt rein nur gegen den Weizen allergisch sein, aber in der Ranggurt vertragen. Da gibt es von bis, die meisten sind komplett gegen beide ausborene Fraktionen allergisch. Es gibt aber Einzelfälle, wo Leute nur wirklich gegen das allergisch sind, gegen das allergisch sind. Aber heutzutage ist man ein bisschen immer im Stress und dann wird das gerne über einen Camping gestraft und dann wird meistens gesagt, hey, der Weizen, der ist ungesund und das stimmt einfach in der Regel überhaupt nicht. Da wird dann einfach wirklich nur über einen Camping geschert. Das, was dann nämlich gern gemacht wird, ist, dass dann gesagt wird, hey, is was mit Dinkel. Und der Dinkel ist einfach nur eine Artverwandter vom Weizen. Dann gibt es halt eben dann wieder Leute, die haben nur die Allergie gegen Weizen, aber nicht gegen den Dinkel, weil sie halt nicht gegen die Obergruppe allergisch sind, sondern wirklich nur gegen das spezifische Eiweißprotein. Und da kommt man dann wieder in so eine gewisse Marketingfalle rein. Und da ist wieder so dieser Schmäh mit dem Dinkel, mit dem gesunden Dinkel, sage ich jetzt einmal, wo einfach gesagt wird, hey, ist ein Dinkel, der ist viel besser. Wenn man sich jetzt rein die Nährwerte anschaut von Dinkel, ist er an sich genauso wie der Weizen, nur als Vetter. Im Prinzip ist er fetterer Weizen, nur die Verarbeitung vom Dinkel ist meistens in der Hinsicht anders, dass eben der Dinkel mit mehr Schalenanteilen oft verarbeitet wird, als wie der Weizen. Und dadurch ist er schon in der Regel gesünder, als wie einfach das weißeste Weißbrot aus dem Regal vom Ding her. Aber wenn ich es jetzt eins zu eins vergleiche, ist es im Prinzip nur ein fetterer Weizen, nicht mehr, nicht weniger. Und das waren jetzt einmal so ein paar kleine Facts für euch. Und ich hoffe, es war nicht zu viel für euch. Es ist nicht eine jede Folge mit so viel Lebensmittelchemie. Und lasst euch keine Geschichte rein drucken vor Leuten, die gerne mit Milch auflösen und dann behaupten, das ist besser als mit Wasser. Die haben keine Ahnung, das sind dann wahrscheinlich genau dieselben Leute, die was dann an Tagling in einen Gehraum einstellen, wo Musik spielt. Mit ein bisschen Mozart. Und dann sagen die, dass das besser aufgeht oder sonst irgendwas. Das ist oft mehr Marketing und Schein und Trug, als was eigentlich dann Wissenschaft dahinter ist. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet euren Aha-Moment. Wenn ihr Bauer to the People unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf unserer Website www.bauer-to-the-people.at Dort findet ihr die Möglichkeit, uns mit kleineren und größeren Beträgen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Wenn ihr Bauer to the People anwärtig unterstützen wollt, dann liken und teilen auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Je mehr wir erreichen, desto größer unser Impact. Danke und g'viert euch!